So, herzlich willkommen auf meinem bescheidenen Kanal. Mein Name ist Solution. Wir sind zurück mit einer weiteren Folge von This Land is My Land. Wir haben jetzt diese Aufgabe immer noch, finde und verhöre Harvey Barnett aus Fort Somn-Minster. Ja genau. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben 10 Pfeile. Ich muss gerade nochmal kurz mein Inventar checken. Und zwar haben wir hier 20 normale Pfeile und 10 Medium. Das sollte eigentlich reichen. Steigen auf unser treues Pferd Charlie und reiten Richtung Sonnenaufgang, hoffentlich bald wieder. Genau, wir müssen hier unten hin zum Vor. Das ist auch schon nicht gerade um die Ecke jetzt. Da bin ich am überlegen, ob ich das Pferd eigentlich da lasse. Nee, ich reite jetzt mit dem Pferd da runter. Ich weiß ja nicht, ob mir das dann irgendwann mal abdankt, das Pferdchen. Aber es ist eben einfach ein bisschen schneller. Ich muss mit der Steuerung echt noch ein bisschen, also mit der Pferdesteuerung ein bisschen klarkommen. Es fühlt sich noch nicht so ganz stimmig an für meinen Geschmack. Lass mich gerade nochmal schauen, dass mir das Ding hier immer aufgeht. Nee, über den Fluss müssen wir nicht. Wir müssen hier rechts weiter. So, hier waren wir ja schon. Das ist ja dieses Camp aus der ersten Folge. Für die, die es noch nicht gesehen haben, anschauen. Dann wisst ihr mehr. Jetzt mal los hier. Durch die Dämmerung, durch den Wald. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass mir direkt im Baum hängen bleiben. So, trete in das Gebiet von vor Subminister ein. Sub-Minister, ich kann es nicht aussprechen. Sub-Minister, Sub-Minister. Ach, das soll das vor schon sein? Ich lasse mal mein Pferd hier. Ich habe mir das jetzt ein bisschen üppiger vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch in der ersten Folge gesagt, das erste, wo ich rein bin, war auch so ein paar Häuschen. Und ich dachte, ich habe jetzt hier richtig einen Vor vor mir, da das ja alles random ist, was hier passiert. Aber dem ist wohl nicht so. Natürlich wird es jetzt noch passend auch hell, sehr schön. Also, das Töten LNB ist nicht alles, was man mit dem Feind im Nahkampf tun kann. Wenn du einen Feind nahe genug bist, kannst du ein Verhör durch F auslösen. Das ist auch Sinn der Sache. Ein Verhör kann durch Töten oder Betäuben des Feindes beendet werden. Also, durch Töten dürfte man sich denken können. Also, man kann nützlich Hinweise erlangen, bla bla bla. Ist ja alles selbstredend. Dann wollen wir das Ganze mal beäugen, was hier denn so los ist. Hinten steht schon mal ein Herr. Hier vorne läuft auch einer rum. Wir sammeln mal nebenher noch einen. Ich weiß halt nicht, welche hier welche ist. Das ist immer das Problem. Finde heraus, welchen man killen kann. Also, welche Leute man killen kann. Und welche Leute man... Oh, ein Mushroom. Und welche Leute man nicht killen sollte, aufgrund des Verhörs. Er kommt schon ein bisschen in unsere Richtung, ja. Deswegen sollte ich mich immer ransneaken und die von hinten quasi packen. Aber er läuft schon mal sehr gut in unsere Richtung. Ich hoffe, wir sind schnell genug. Ja, aber er wird es gleich, wenn ich... Ah, er muss pinkeln. Okay, das dauert noch kurz. Okay, okay. Nein, nein, nein. Ich spreche. Bitte, stopp. Das war knapp. Ich werde dir sagen, wo wir es alles behalten. Ich werde dir sagen, wo wir es alles behalten. Ich werde sprechen. Bitte, ich werde sprechen. Er ist da oben. Hey, nein, nein. Ich spreche. Okay, okay. Ich werde dir sagen, wo er ist. Bitte, nicht mich schuldigen. Hey, nein, nein. Ich spreche. Enough. Du wirst. Er ist da oben. Okay, okay. Nein, nein, nein. Ich spreche. Nein, nein. Na gut, na gut. Ich werde dir sagen, wer uns geschickt hat, um das Camp anzugreifen. Es war aus Santino Lanzo, aus Vor... Root Medo. Okay. Es ist seine Schuld. Wir haben nur unseren Job gemacht. Ja, die Sprüche kennt man. Übrigens, wenn sie einfach von alleine gegangen wären, hätten wir sie nicht töten müssen. Ehrlich. Wieso glaube ich dir nicht? Wieso glaube ich dir nicht? Was soll ich mit Santino Lanzo machen? Soll ich ihn töten oder einschüchtern? Entscheidungen, Entscheidungen. Ja. Ihn hauen wir jetzt einfach mal... Du kannst betäubte Feinde durchhalten, F einschüchtern. Eingeschüchterte Feinde kommen niemals zu irgendeinem Camp in der Gegend zurück und dein Ruf wird sich verbessern. Wir plündern ihn erst mal. Er hat nämlich auch schon ein schönes Gewehr dabei. Dann einschüchtern. Oh, dahin kommt der Nächste. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Aber er sieht uns noch nicht. Er hackt erst mal Holz. Oh, er hackt erst mal Holz. Was passiert hier? Er räuchert den jetzt hier ein. Und er hackt da hinten schön gemütig Holz. Ist er jetzt benommen und lässt uns in Ruhe? Die haben tolle Kräuter, ne? Die Indianer hatten oder haben tolle Dinge anscheinend. Er hackt erst mal noch ganz unbekümmert Holz. Ich würde aber gerne noch den Laden hier looten. Also von dem her mache ich die anderen jetzt auch glatt. Unseren Verdächtigen haben wir ja jetzt schon. Das heißt, wir hauen jetzt die anderen alle kaputt. Da sind auch noch zwei. Dann machen wir das mal taktisch. Und zwar locker den Feind. So, jetzt haben wir das ausgewählt. Dann zeigen wir quasi auf denjenigen, den wir lucken. Also lucken. Jetzt spreche ich dem schon nach, den wir ablenken möchten. Beziehungsweise auf den wir die Fähigkeit anwenden wollen. In dem Fall ein Tophin hier. Auf Henry Harris. Dann machen wir den jetzt erst mal platt. So. Plündern. Dann hat er zum Beispiel schon eine Pistole dabei. Ist das echt nice? Fireweed. Hemen auch mal mit. Da ist der nächste. Ja genau, pinkeln. Da kommt auch wieder einer. Schauen beide in unsere Richtung. Das ist so cool. Ist nicht so, dass ich auf deinen Kopf schieße. Das interessiert den irgendwie nicht so. Na gut. Mega gut. Mega gut. Okay. Okay. Stop. Don't kill me. Zu spät, mein Freund. Auch alles mit. Jetzt bin ich natürlich überladen. Mist. Warum habe ich den gerade nicht getroffen mit dem Pfeil und Bogen? Sag mal. Also es war ja mehr als auf dem Kopf. Ja nichtsdestotrotz. Jetzt können wir ja unser Pferd rufen. Das mache ich jetzt mal. So, und das Pferd müsste doch Taschen haben. Halten. Z. Pferd. Satteltasche. Genau. Da möchte ich gerne mal so ein paar Sachen reintun. Ich weiß zwar nicht, wie viel das Pferd hier unten steht. Das kann ordentlich tragen. Das kann sogar mehr tragen als wir fast. Na gut, jetzt haben wir ja gelevelt sehen. Das heißt, wir haben jetzt 50 Gewicht. Das ist 45. Legen wir den ganzen Mist mal da rein. Halt, Schiff gedrückt halten. Hinlegen, hinlegen. Was ist denn hier noch schwer? Die Pistole wahrscheinlich. Die hauen wir da auch mal rein. Das Kleinkaliber da rein. Das hat noch Gewicht. Das Gedöns hier. Das Gunpowder Charge hat auch ordentlich Gewicht. Wir wissen jetzt schon gut leer. Das passt. Kautionslevel. Pferd heilen. Okay. Dankeschön. So, das heißt, wir haben jetzt erstmal hier vier Pfeile ins Leere geschossen. Das ist super. Agreed. Na, kriegen wir trotzdem hin, die Kameraden hier wegzumachen. Jetzt schauen wir mal nach ihm. Schulterwechsel. Er kocht uns gleich noch ein Süppchen. Das ist auch cool, dass das, also die Büsche, sag ich mal, echt eine gute Tarnung darstellen. Und dass das auch von der Mechanik her so funktioniert, wie es angedacht ist. Das ist ja auch nicht bei jedem Spiel so. Ja, den killen wir gleich mal. Direkt mal rein. Und alles nehmen. So, das müsste der letzte sein hier. Der ist jetzt im Haus wahrscheinlich, ne? Der Lump. Sollen wir mal die Wumme probieren? Müssen wir noch nachladen. Hauen wir mal ein bisschen Blei ins Gesicht. Ist auch direkt beim Kochen. Kann ich hier mit gezogene Waffe schon ran? Ne, kann ich nicht. Das Fenster war eigentlich direkt so fast. Komm, mal gucken, wer das ist. Das interessiert ihn auch nicht so wirklich, oder? Ne, ist doch jetzt. Hallo? Das war ein bisschen doof geschossen jetzt von mir. Hat uns tatsächlich erwischt. Wie sieht man das? Ne, okay. Geist, der hierher. Ja, du bist der letzte der Geist. Feuerstelle. Das Lackerfeuer explodiert beim Entzünden. Er fordert einen Gunpowder. Sehr nice. Giftmahlzeit. Okay, da könnte man das jetzt auch noch vergiften, das Zeug hier. Dass die da essen und dann umfallen. Das hat ja schon ein bisschen was so... Entschuldige. So leichte Auszüge von Hitman, oder? Würde man fast sagen können. Hier ist eine geschlossene Tür. Aber die knackt da jetzt hier einfach auf, oder? Das Gebäude ist zu nahe. Arm, das Pferd zu rufen, okay. Aha. Es sind noch Gefangene. Freilassen zur Kriegspartei hinzufügen. Lassen Sie mal frei. Er rennt einfach weg. Er sagt nicht danke, oder darf ich mich dir anschließen, oder so? Machen wir bei ihm mal zur Kriegspartei hinzufügen. Kriegsgruppen. Halten drei, um auf das Kriegsgruppenmenü zuzugreifen. Du kannst bis zu vier Kriegsgruppen mit vier Kriegern pro Gruppe haben. Interessant. Genau, und da kann man dann die Krieger dann quasi befehligen, ne? Das sieht ja irgendwie komplett anders aus, oder? Genau, jetzt hat man hier so dieses Menü. Feuer öffnen, angreifen, sammeln, aufs Pferd steigen, hocken und so weiter und so fort. Aber hier haben wir Munition und halb... Macht er das jetzt näher? Er macht irgendwas. Macht er das, was ich ihm gesagt habe? Alter, wir haben einfach... Okay. Ich habe die Herstellung von Regular Smith & Russell Pistol Pad 3 von diesem Bauplan gelernt. Sehr schön. Aber ich bin wahrscheinlich wieder massig überladen. Mal mein Pferd hierher holen. Oh, nice. Ich sehe sogar die Animation. Ich könnte ihm ja auch Gegenstände eigentlich mal in die Hand drücken, ne? Das sind die, die er jetzt bei sich trägt. Das ist schon seine Pistole, aber du brauchst nicht die Knarre ziehen, wenn da mein Pferd kommt, mein Freund. Kann ich ihm jetzt auch hier sagen, ins nächste Lager schicken? Zum nächsten Camp, ja bitte. Brauche ich jetzt hier nicht mehr, oder dich zumindest. Das möchte ich mal ganz kurz schauen, wenn ich jetzt hier auf unser Lager gehe. Das sind jetzt zwei von acht, eins von acht. Theoretisch dürfte einer, das ist der, den wir losgeschickt haben, und der andere, den wir befreit haben, ist der schon da wahrscheinlich, oder? Also, ob wir es jetzt freilassen oder direkt quasi in die Kriegsgruppe mit einnehmen. Die werden auf jeden Fall sich unserem Stamm anschließen, so wie das aussieht. Das ist schon mal recht nice. Okay, also in die Satteltasche rein. Und zwar... Wie hat denn das noch nicht mehr viel, ne? Das hat 14 Gewicht. Das ist ein bisschen zu schwer dann fürs Pferd. Machen wir mal so. Machen wir gerade noch so. Hier gibt es halt so viel zum Plündern. Ihr seht so selber, hier gibt es so massig viel zum Plündern. Nehmen, Gunpowder nehme ich jetzt mal. Alles nehmen. Ich kann doch hier nichts übrig lassen, sag mal. Also bin ich halt wieder massig überladen. Und ich würde jetzt mal stark spekulieren, wenn ich überladen bin, kann ich keine Schnellreise machen. Aber es ist ja abartig, was mir alles plündern kann. Also wie viel auch gleich, ne? An Loot. Könne ich hier irgendwie... Könne ich hier zum Beispiel... Akkufeuer? Könnte ich jetzt explodieren lassen. Ich könnte aber auch hier speichern. Das tue ich doch gleich mal. Weil mich würde es jetzt auch interessieren, ob das jetzt so ein Lagerplatz ist. Wo man quasi dann... Du bist zu weit entfernt vom Außenposten oder verbündeten Lager. Wofür habe ich den Mist dann? Das ist mal eine offene Tür. Da gucken wir auch nochmal rein. Ah, das sieht auch ziemlich leer aus. Ja, dann brennen wir das Ding hier nieder, würde ich sagen, oder? Dass wir das auch mal gesehen haben. Wobei hier in dem Kern wird wahrscheinlich noch ein bisschen Lut drin sein. Da steht noch ein Pferd. Jetzt mal auf mein Gaul aufsteige. Du kannst nicht reiten, während du überladen bist. Geht's nämlich schon los. Ja, ich würde halt so... So viele Waffen und so weiter wie möglich erstmal mitnehmen, dass die Krieger von uns quasi schon mal ausgerüstet sind. Ich nehme jetzt hier mal alles mit. Ich weiß, ich bin mehr als überladen. Ich muss mich jetzt hier auch von einigen Dingen dann wahrscheinlich trennen. Also wir haben ja in unserem Pferd schon mal ordentlich an Knarren drin. Das heißt, ich... Zweimal 232 hat die Schaden. Ich muss mal kurz vergleichen. Halt vorwärts, bitte. Mal kurz vergleichen, ob die besser ist als die Waffen, die wir quasi in unserem Pferd haben. Also in den Satteltaschen unseres Pferdes, ja. Ich kann mir keine Zweifel aufkommen lassen. So, das sind nämlich Repeater. Also, na? Wir haben jetzt hier zwei Repeat-Gewehr dabei. Und das ist ja ein Shotgun. Das heißt, ich nehme jetzt eins von den Repeatern raus und möchte da gerne die Shotgun rein. Da haben wir die zwei Pistolen. Ah, was ist das für ein Mist? Das ist einfach so unfassbar viel Zeug. Ja gut, unser Pferd hat jetzt noch fünf... fünf Plätze, sag ich mal, frei. Das heißt, wir könnten hier den noch mit reinballern. Was hat's jetzt noch? Nicht das ist hier noch. Das ist dann zu viel, ne? Ein Brot. Na, ist ja mal gerade so. Also gut. Dann schmeiß ich den... Ja komm, da finden wir noch, wie Sand am Meer wahrscheinlich so wie das aussieht. Das ist unser Gewicht nämlich dann auch nice, wo es ausfährt. Mal gucken, wenn ich jetzt hier zwei gedrückt halte. Dass wir uns heilen können. Minus 30, maximal Ausdauer für 30 Sekunden. Ja gut, nehme ich in Kauf. Ich hau das dir mal rein. Ja nochmal irgendwas. Mushroom. Ja, geht halt auch langsam hoch, aber ist okay. Ja, passt schon. So, wenn ich jetzt hier auf Fähigkeiten gehe. Siedlung niederbrennen. Man kann hier auch, ich lese gerade vom Pferd absteigen. Um automatisch Reißen zu aktivieren, lege bitte das Ziel fest. Okay. Das Pferd, kann ich das zähmen oder so? Ne, da kann ich halt auch aufsteigen. Ah moin. Ja gut, dann machen wir hier einfach mal halten. Geh. Und wir brennen den ganzen Haufen mal nieder. Das wird dem wahrscheinlich nicht so gefallen, aber wir müssen ja auch zeigen, dass wir da sind. So, jetzt ist hier einfach mal wieder nichts. Okay. Ein bisschen, ein paar, ein paar Sachen gukeln hier noch vor sich hin. Okay. Wobei, wenn unser Pferd hier stand, naja, ihr wisst, was ich sagen würde. Hier hinten war ja eigentlich keine Siedlung. Aber okay. Wie sieht man das dann auf der Karte? Wie sieht denn das dann aus? Na, ist halt das Ding einfach weg, ne? Perfekt. Ja, cool. Also, jetzt würde ich das mal testen dann aufs Pferd. Um automatisch reisen zu aktivieren, lege bitte das Ziel fest. Ich lege das Ziel fest. Das Ziel soll sein, unsere Siedlung. Zeit, Skala, Steuerungen sind deaktiviert, während du auf einem Pferd reitest oder einen Wagen fährst. Jetzt habe ich, genau, jetzt habe ich das ja aktiviert. Jetzt habe ich Caps Lock automatisch reisen. Dann mache ich das mal. Caps Lock. Jetzt rennt der hier automatisch los. Das ist ja ein bisschen Drunken Master Style, aber... Er versucht halt immer auf dem Weg zu bleiben. Da haben wir dann dieses eine Camp. Lass ich da jetzt nicht ein bisschen... Das war knapp. Das war knapp. Er eiert schon ganz schön rum, muss ich sagen. Aber es ist schon eine recht coole Funktion, also gefällt mir auch schon. Habe ich zum Beispiel jetzt auch noch nicht gewusst, dass es das gibt. Aber sehr interessant. Ist doch schon mal interessant. Ich meine auch von einem etwas anderen Titel. Wir können ja das Kind auch beim Namen nennen von Red Dead Redemption war es ja auch so, dass man da quasi dem Weg folgen konnte. Gab es doch auch so ein bisschen in die Richtung automatisch reisen, meine ich noch im Hinterkopf zu haben. Aber es funktioniert. Also muss man ehrlich sagen, er ist bis jetzt auch noch nicht hängen geblieben. Ich wollte ihn gerade unten loben. Er weiß ja nicht. Er wackelt ja wirklich links, rechts, links, rechts die ganze Zeit hin und her. Durch die Pointe, durch perfekt. Aber er kommt an. Wann deaktiviert er? Ja. Also muss ich schon sagen, das ist schon wieder ein richtiges Highlight in dem Game hier. Finde ich eigentlich recht cool. Nice. Also, absteigen. Dann gehen wir mal wieder in unser Inventar. Und schmeißen hier mal alles ins Lager rein. Was wir erstmal nicht brauchen. Ich würde sagen, wir sind noch Indianermäßig mit Pfeil und Bogen erstmal unterwegs. Das nehme ich gerne mit, das Stück Fleisch. Das ist gut fürs Heilen. Und hier den ganzen Mist erstmal hier rein. Den Whisky soll ich denen überlassen? Ja, komm. So, Weapon Parts. Also man kann dann auch tatsächlich Waffen zusammenbauen, wenn man dann die Blaupause gelernt hat. Und Tierteile. Sinew. Was ist das an? Sehne, oder? Ein Fell. Können wir auch mal rein machen. Glue. Also Kleber. Auch mal hier rein. Flint können wir da rein. Und das können wir auch mal rein. Das Gunpowder nehme ich, glaube ich, erstmal mit, oder? Nein, komm. Na komm. Wir opfern erstmal alles für das Lager. Ja, recht nice. Also muss ich echt sagen. Wir haben jetzt hier alle an Wood Farm. Das ist natürlich nicht gut. Die sollten nicht alle Wood farmen. Das reicht, wenn wir das zwei machen. Dann müssen wir den Herren mal wieder eine neue Beschäftigung geben, würde ich sagen. Zum Sammeln. Und zwar einer soll noch Flachs farmen, bitte. Pferde, nein. Gruppe ausrüsten. Pferde, nein. Gruppe ausrüsten. Macht doch noch nichts. Genau, weil die ja keine Waffen dabei haben. Die könnte ich jetzt denen eigentlich geben. Aber das wollen die irgendwie nicht. Dann machen wir so. Okay. So. Finde und schüchere ein. Das ist unser Auftrag. Und zwar ist der Auftrag wo? Hier unten. Ein ganz schönes Stückchen weg. Aber ihr seht, das was jetzt vor uns schon freigelegt war, das Vor, wo wir vor uns waren. Neutradeslager. Dieses Vor gibt's. Also das wird mir jetzt hier gar nicht mehr angezeigt. Okay. Weiß zwar jetzt nicht so ganz warum, aber es wird wahrscheinlich einen tieferen Sinn haben, den ich nicht verstehe. So, wir können auch noch Aufträge haben wir jetzt hier 65 von 60. Dann können wir den mal beenden, würde ich sagen. Auftrag abbrechen. Befehl hinzufügen. Sollen die mir noch Bogen machen? Eigentlich nicht. Wir haben jetzt erstmal auch Pistolen und Gewehre und so weiter. Apropos, müssen wir unser Pferd auch noch ausladen. Alles nehmen. Ins Lager, ins Lager, ins Lager. So eine kleine Pistole mitnehmen. Ne, komm, wir machen erstmal hier auf Loot Ball. Schmeißen erstmal alles da. Das können wir auch. Das Lager, das ins Lager und das auch. Genau. Okay. Pfeile müssten auch erstmal ausreichen. Aber das Spiel hat Potenzial. Also wir können jetzt auch zu unseren Leuten sagen, komm hier greift mal irgendwas an. Ich könnte wahrscheinlich auch zu meinen Gefolgsmannen sagen, die sollen dieses Lager jetzt angreifen. Dieses Fort Rude Meadow. Aber das werden wir selber erledigen. Ich würde sagen, bevor wir aber in dieses Vorgehen, gehen wir erst zu diesem neutralen Lager und schauen, ob wir da vielleicht noch Gefolgsleute finden. Ich glaube, das ist sinnvoller. Und dass wir da vielleicht auch diesen Kartenteil dann aufgedeckt haben. Und mich wundert es jetzt, dass der Kartenteil jetzt quasi nicht aufgedeckt ist. Weil den haben wir ja schon erkundet. Na gut. Ist wie es ist. Okay. Es wird auch wieder dunkel. In diesem Sinne würde ich auch sagen, beende ich diese Folge. Und ihr wisst Bescheid. Abonniert. Daumen nach oben. Daumen nach unten. Wenn ihr der Ansicht seid, das hat euch nicht gefallen. Dann auch bitte in die Kommentare. Warum, weshalb, wieso. Es würde mich natürlich sehr freuen über Feedback. Es wäre mir schön oder lieb. Recht, wenn ihr euch die Zeit nehmt, da kurz ein paar Zeilen loszuwerden. Natürlich auch positives Feedback. Keine Frage. In diesem Sinne. Ich hoffe, es war wieder einigermaßen unterhaltsam. Es hat gefallen. Haben jetzt den Fohr niedergebrannt. War doch auch schon mal ein bisschen was. In der nächsten Folge werden wir, wie gesagt, das neutrale Lager dann mal besuchen. Und das nächste Fohr dann auseinandernehmen. So wie sich das gehört. Also. In diesem Sinne. Bleibt gesund und stabil. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Solution.